Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Heute stehe ich vor dem Oberweltstadion. In den zurückliegenden Monaten hat es viele Diskussionen darüber gegeben, was mit dem Stadion in Zukunft passieren soll. Eines ist dabei sehr deutlich geworden. Eine große Mehrheit der Großkrotzenburgerinnen und Großkrotzenburger lehnt einen Umzug des Stadions, insbesondere in das Umfeld des Strandbadgeländes, strikt ab. Als Bürgermeister möchte ich mit meinen Vorschlägen diesen klaren Wunsch aufgreifen und ernst nehmen. Ich trete für einen Erhalt des Stadions am Oberwald und für eine Verkleinerung des bisherigen Geländes ein. Vorstellbar ist für mich ein Umbau des Stadions in Trägerschaft des Vereins inklusive einer Verpachtung. Klar ist, dass die Gemeinde den Umbau bezuschussen werden muss. Klar ist aber auch, dass sich die Gemeinde zukünftig aus dem Betrieb des Stadions zurückziehen muss. Details über den Umbau und den Betrieb der Anlage müssen in Verhandlungen zwischen der Gemeinde und dem Verein geklärt werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier zu einer guten Lösung kommen werden. Ihr Max Schaadt